Im Live-Talk war die bezaubernde, super süße Betty Taube. Jeder kennt sie von Topmodels. Das ist die eine, die nicht die arrogante Ziege ist. Was viele nicht wissen, Betty Taube hat einen Großteil ihrer Kindheit im Heim verbracht. Also, ich glaube, ich bin mit 10 oder 11 Jahren tatsächlich ins Heim gekommen. Und es lag einfach daran, dass meine Mama krank war. Sie war süchtig. Und ich habe all die Jahre noch bei ihr gelebt. Und, naja, wenn du ein Kind bist, dann bekommst du das gar nicht so richtig mit, wenn du es ja nicht anders gewohnt bist. Ich habe nur immer mitbekommen, dass irgendwie die Nachbarn sich beschwert haben. Und dann ist immer das Jugendamt zu uns nach Hause gekommen und hat Kontrollen gemacht. Aber als Kind hast du das irgendwie nicht so realisiert. Bis zu dem Tag, als ich tatsächlich von meiner Mama getrennt wurde. Und wir haben damals noch zusammen in Berlin gewohnt und hatten einen Termin beim Jugendamt. Das war so ein prägender Moment in meinem Leben, weil wir waren mit meiner Klasse im Zoo. Und meine Mama war dabei als Wandertagbegleitung. Und dann dachten wir so, okay, gehen wir danach halt zu unserem Termin. Und dann musste sie in einen Raum und ich in einen Raum. Und dann so nach drei, vier Stunden, wo ich schön abgelenkt wurde und so vom Computer Spiele spielen durfte und alles sowas, was Kinder toll finden, habe ich dann gefragt, wo ist denn meine Mama? Und dann meinten sie so zu mir, ja, deine Mama ist schon zu Hause. Du wirst jetzt auch erstmal nicht nach Hause kommen. Und dann ist erstmal eine komplette Welt für mich zusammengebrochen. Und die einzige Frage, die ich hatte, war, darf ich noch auf meine Schule gehen, wo ich bisher zur Schule gegangen bin? Und dann meinten sie so, ja, ja, kein Problem. Dann musste ich noch stundenlang warten, bis meine Erzieher kamen. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen. Und wir sind irgendwie so gefahren, halbe Stunde, eine Stunde und so. Nach eineinhalb Stunden habe ich gefragt, seid ihr euch sicher, dass ich noch auf dieselbe Schule gehen kann, wie ich bisher gegangen bin? Und dann meinten die so, nein, du willst auf eine neue Schule kommen und alles sowas. Also ich wurde komplett aus dem Leben, was ich bisher hatte, rausgerissen und in ein neues gesteckt. Dann wurde Betty allerdings 18 Jahre alt und Folgendes passierte. Als ich 18 war, habe ich gemacht, was ich wollte. Tatsächlich, endlich war es soweit. Und mein bester Freund hat immer gesagt, wenn du 18 bist, dann fahre ich mit quietschenden Reifen vor und rette dich da raus. Und so ähnlich war es auch. Ich war dann nur noch bei irgendwelchen Freunden, habe dort geschlafen und so. Und das Ding war, ich war ja noch mit in meinem Abitur und das Heim war komplett überfordert, weil die meisten sind 16, machen ihre Ausbildung und ziehen dann aus. Und ich war irgendwie so die Einzige, die ihr Abi gemacht hat und war immer noch dort. Und das Jugendamt bezahlt das aber nur bis dann und dann irgendwie den Heimplatz. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nach meinem Abi ja noch keinen Job oder kein Studium hatte. Und dann musste ich Miete bezahlen. Und Gott sei Dank, danke an Omi, die hat mir meine 200 Euro Zimmermiete bezahlt, dass ich da noch wohnen bleiben konnte. Es waren nur ein paar Monate. Aber ja, dann war Germany's Sex Topmodel da und dann hat sich mein Leben wieder komplett geändert. Meine Mama gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Und mein Papa, der lebt eineinhalb Stunden von mir weg und es ist so sporadisch. Also ich melde mich so alle zwei Monate, drei Monate mal. Aber es ist nicht so diese Tochter-Papa-Verbindung, die er jetzt aber gern hätte. Und ja, als ich im Heim gewohnt habe, hat er sich halt auch nie gemeldet. Deshalb denke ich mir so, warum soll ich es jetzt machen? Es ist schwer. Die Einzige, die immer für mich da war, war meine Oma. Die hat zum Beispiel damals immer meine Klassenfahrten bezahlt, dass ich trotzdem mit auf Klassenfahrt fahren konnte. Oder dass ich reiten gehen konnte. Ich bin nämlich damals immer geritten und sie hat dann immer meinen Reitunterricht bezahlt. Und ohne Omi wäre ich da wahrscheinlich auch nicht so gut durchgekommen. Aktuell hat Betty noch keinen Kinderwunsch. Wir haben aber trotzdem mal gefragt, ob sie sich vorstellen kann, später vielleicht ein Kind auch zu adoptieren. Definitiv. Es wäre echt mein Traum, ein Kind zu adoptieren. Ich hätte auch gern irgendwie ein eigenes, weil ich so dieses Schwangersein und so mal miterleben möchte und wie sich das so anfühlt und die ganze Vorfreude. Aber ich will auf jeden Fall auch ein Kind adoptieren, weil ich halt weiß, wie viele Kinder irgendwo sitzen, kein Zuhause haben und sich einfach nur so ein bisschen Liebe oder eine richtige Familie wünschen. Ich zum Beispiel, ich hatte nie das Bild von einer richtig klassischen Familie und mir fällt es heute noch schwer, wenn ich irgendwie bei meinen besten Freunden oder so mit nach Hause gehe. Und da ist Papa und Mama, dann weiß ich immer nicht so recht damit umzugehen. Und auf jeden Fall will ich das. Ich bin so recht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020